Oh! Alter! Oh! Oh mein Gott! Das tut weh, Digga. Was geht? Heyo Leute, CrimeX hier und heute gibt's mal wieder einen weiteren Nicht-Lachen-Challenge. Also Try Not To Love in Fortnite. Und heute natürlich wieder mit dabei Standard-Skill. Standard-Skill, was geht ab, meine Freunde? Here we go, Herr Lama ist auch mit dabei, hallo Herr Lama. Digga, weißt du eigentlich, dass dieser eine Try Not To Love mit uns 1,8 Billionen Klicks hat? Was? Ja, Leute, verbrüht auf jeden Fall den Like-Button, wenn ihr davon noch einen weiteren Part sehen wollt. Und Leute, ich hab die neuen Standard-Skill-Setten kennengelernt. Ich hab mir alle, ich hab mir alle 5 Dog-Tanks gekauft. Die sind auch noch iced out, hab ich die machen lassen, Bruder. Digga, krank, Digga. Junge! Aber ich würde sagen, Leute, ihr wisst was zu dir ist. Da ist auf jeden Fall ein Like da, checkt doch deine Standard-Skill aus. Ihr wisst Bescheid, Black One, mein Haarwax, Leute. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt direkt mit der Fortnite Nicht-Lachen-Challenge. Und let's go mit dem Video, Bruder. Bist du bereit? Jaaaa! Okay. Okay, Leute, erster Clip. Oh, oh, Herr Panda. Der Herr Panda am Bauen. Okay, da hinten, er wird, er versucht zu pushen. Gut. Oh. Er hat's auf jeden Fall versucht, Leute. Ach, ein Nose-Skin! Ah. Vielleicht wird das hier dieses Mal die Nose-Skin-Montage letztes Mal irgendwie ganz anders verlief. Äh, okay. Bruder, was... Was? Was macht der? Er schleicht sich jetzt zum Nose-Skin. Ohhhh. Ohhhh. Vorne ins Gesicht, Alter. Ihr dürft natürlich... Ey, Bruder, warte ganz kurz. Wir müssen hier ganz kurz einen Cut machen. Wir müssen wirklich mal versuchen, nicht zu lachen, Bruder. Okay. Also, ihr da draußen, schreibt in die Kommentare auch, wenn ihr lacht. Wir versuchen jetzt wirklich mal nicht zu lachen, okay? Ich lache nicht mehr. Let's go. Lachverbot. Lachverbot. Er könnte dich doch schon die ganze Zeit umbringen, aber warte... Okay, jetzt. Und er belebt den jetzt wieder, pass auf. Und das würde jetzt die ganze Zeit zu gehen. Okay, das ist schon... Ja, das ist schon cool auf jeden Fall. Ey, er dürfte dich schon wie's verarschen. Ja, weil der andere hat anscheinend keine Waffe. Oh, jetzt ist er fast down. Der kann gar nichts dagegen machen. Oh, ist das mies, Digga. Guck mal, wie er hinterher rennt mit der Schwitzhacke. Scheiße. Der wird richtig gehänselt. Ich hab schon wieder gefällt, aber Bruder, er tut dir so opfern, Alter. Der wird gemobbt. Alter. Ei, 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 ei. Der wird ja Ehre schon wieder genommen, Alter. Okay, was macht der jetzt? Und jetzt falle. Oh. War schon, war schon geil. War schon geil. Das war gemein. Oh, Alter. Oh mein Gott. Irre genommen. Irre genommen. Bruder, wie hat der diesen Shot gedodged? Warte, Bruder, ich will mir das nochmal ganz kurz anschauen. Der hat Zeitung gemacht. Diesen Emote. Ja, ich weiß, aber das sah voll geil aus. Das sah auch geil aus. Alter. Warte, nochmal ganz kurz Leute. Schaut mal, wie er diesen Shotgunschuss ausweicht. Jetzt. Nein, das war Granatwerfer. Oder Granatwerfer sogar, ja. Und der Typ ist dann da reingerannt, der Bummi. Alter. Krass. Kann man nichts zu sagen. Da fehlen einem die Worte. Digga, der ist richtig nice. Der Pirat. Oh. Was? Benni. Bruder, hast du das gesehen? Benni. Benni. Oha. Ach du Scheiße. Herr Lama? Ey, und dann hat er auch noch weggekloppt. Junge. Okay, Herr Lama macht jetzt mit. Try not to laugh. Ja, Herr Lama, aber nicht lachen. Ey, ey. Okay, TFU am Start auf jeden Fall. Herr Lama lacht schon. Okay, was ist jetzt seine Mission? Oh, oh, er hat ne Waffe. Warum nimmt er sich denn nicht die Heavy Pump, die da liegt? Wir können weg, das ist dann. Das ist uns. Okay. Ich dachte, er schießt jetzt in die Zone rein oder so, ne? Ah, stimmt. Hä, wie schlecht ist der Typ? Hä? Okay, okay. Ohhhhhhh. Ich glaub, er hat ihm mit Absicht einen Kredit gegeben. Ich weiß nicht. Hä? Neuer Typ kriegt ja gar nix mit. Was macht der? Hä? Hä? Er schießt ihm das fünfte Mal ins Bein. Da ist ein Bot. Digga. Er macht einfach nix. Spielt der ohne Bildschirm oder was? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das war ein komischer No-Skin. Der war schon ganz anders drauf. Das war ja Premium No-Skin. Das ist auch wieder ein No-Skin, Leute. Aber das ist ein Fake No-Skin, da muss man aufpassen. Der hat aber diesen Rot-Caption-Ding, ne? Äh, das kriegst du noch nen Battle-Pass. Einen kostenlosen Battle-Pass kriegst du das. Ja, ja, aber das ist diese Rot-Caption. Oder ist das nicht von diesem Rot-Caption der Umhang? Achso, die... Ja, ja. Nee, nee, die... Ohhhhhhh. Okay, weiter geht's, Leute. Wieder. Ein No-Skin wird verarscht hier. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Oh mein Gott. Alter. Okay, das war geil. Richtig schön mit den Schlittschuhen. Ey, Alexa, stopp! Was geht dir einfach? Alexa, mach Emi-Demi. Hahaha. Der war schon ausgesetzt. Das ist echt zu witzig, ey. Guck mal, was er macht. Hahaha. Tifi freut sich. Er weiß wahrscheinlich nicht, wie man bearbeitet oder wie man überhaupt irgendwas macht. Ja, er kann doch eh ich bearbeiten. Weiß noch nicht. Er kann, glaub ich, nicht mal Wände platzieren oder irgendwas. Ey, der Typ ist ja richtig broke. Er checkt gar nix, ne? Ich glaub, er hat vergessen, wie man läuft. Er bleibt da die ganze Zeit wie so... Und jetzt kommt die Zone und er wird durch die Zone auseinandergenommen. Safe, safe, safe. Zehner. Safe, ja. Ein Zehner. Achtung. Tifi aber auch nur noch vier Leben. Das tut weh, Digga. Oh, Achtung. Falle platziert. Was wird passieren? Hä? 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 Er hat gar nix geschafft. Die Falle hätte nen Blinder gesehen. Digga. Achtung. Oh, guck mal, er ist wieder auf ne Mission. Das sind immer diese No-Skins. Er ist auf ne Mission unterwegs. Er ist auf irgendwas ganz interessant. Er sucht was ganz Spezielles. Wunder, der läuft Marathon, Alter. Der will so ins Ziel kommen. Dunk-Bot. Das war echt... Der hat der Lauf-Hack einfach drin. Okay. Da ist Digga-Action. 20 gegen 20 Modus. Ah ne, das ist der neue 100er Modus da. Diese Gruppenkeile. Digga, hat der einen 5.000er Ping? Ey Bruder, das sah echt so aus. Das hat der einen ultra hohen Ping. Der war immer so richtig verzögert mit der Steuerung, ne? Ach, dem Locker Fake-Noskin. Ist das Fake-Noskin? Oh! Ich wusste es, Leute. Ich wusste es. Oh! Ah, irre genau. Na guck mal, die machen jetzt genau das gleiche. Alter! Ey, war das wirklich ein geiler Troll. Wenn der eine keine Waffe hat, den immer wieder wegschießen. Das muss ich auch mal machen. Der Hammer... Der eine belebt ja auch einfach, er zieht durch, ne? Er macht da nicht mal was. Ja, aber was soll er denn machen mit Spitzhacke? Ja, aber der könnte... Guck mal, er lebt einfach die ganze Zeit weiter. Ja, man kann ja echt nichts machen, so außer sterben. Alter! Hier wird, Leute... Hier wird wirklich wieder Ehre genommen. Das... Ja, das ist eklig. Das... Also, da würde ich mich lieber dann irgendwann totglocken lassen. Why are you bullying me? Ich würde durchdrehen. Ich würde die versuchen kaputt zu holen. Oh, er ist rausgekommen, er ist rausgekommen. Aber direkt wieder weggeholt. Direkt wieder weggeholt. Achtung. Und immer... Bruder, die ziehen voll durch. Oh, Falle, Falle, Falle! Ey... Oh, das war krass gewesen. Die Falle war gut geplaced. Er hat die Falle nochmal schnell zerstört, damit sie ihn weitermobben können. Ja, ja. Bruder, er macht einfach weiter. Two hours later. Ist das wies, Alter! Die haben wirklich gar keine andere Version. Ach du Scheiße, Leute. Das ist ja das übelste Mobbing. Leute, ich hab noch nie so ein Mobbing in Fortnite gesehen. Ohne Spaß. Das muss verboten werden. Das ist wirklich... Alter, guck mal, wie lange die das schon durchziehen. Und jetzt... Jetzt haben sie ihn erlöst. Jetzt haben sie komplett auseinandergefetzt. Das war ein trauriger Moment. Ich schwöre. Das war ein trauriger... Herr Lama weint. So, meine Freunde, wir schauen jetzt hier nochmal in ein paar andere Clips rein. Mit Streamern sogar, die man hier sehen kann. Und das sind auf jeden Fall auch einige Fails hier. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was... Wo will der hin? Auf jeden Fall auch alles neue Clips mit Flugzeug und so weiter. Oh... Das geht? Lol! Was? Zweimal hintereinander! Oh shit! Ich bin da schon reingesprungen und hab einen einfach rausgeholt. Das war zu krank. Krass. Ja, das war zu krass. Heftig. Ich wusste nicht, dass es geht. Das ist schon krass. Hätte man da keinen Fallschaden bekommen, ne? Das ist ja zu krass, ja. Okay, jetzt nächster Clip. Oh, Lebkuchenmann ist am Start. Kommt bald hoffentlich wieder ins Shop rein. Ich hoffe nicht. I hope so. Ich hoffe nicht, Digga. Du hast sie doch auch, oder? Ne, die Frau nicht. Ich hab nur den Mann. Ach so, ja die Frau darf wieder kommen, aber der Mann nicht. Der Mann soll... Oh, Leute, wie sind denn da? Digga, er macht hier richtig die... Guck mal, die machen alle gar nichts. Hä? Bruder, die haben alle keine Waffe. Aber warum knieten die da alle so? Keine Ahnung. Keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Die haben alle keine Waffe da gehabt. Hä? Ganz, ganz fragwürdig. Er hat 8 Kills, Alter. Ja, der hat alles weggeholt. Loi? Weißt du was? Der dürfte die Tilted Veteranen-Kette tragen. Ja, definitiv, Digga. Alter. Obwohl das halt die happy Hamlet-Kette ist. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Oh, gut, gut, gut. Oh, sehr, sehr schnell bearbeiten. Oh. Oh. Das war schon lecker, Bruder. Check das nicht, wenn Leute so ultra schnell bearbeiten können und schießen und so. Das ist heftig. Krass. Oh. Bruder. Heftig. Vor allem, schau mal... Digga, das ist der Moment, wo ich jetzt los muss. Sorry, Digga. Digga, schau mal, wie viele ihm grad zuschauen auch. 20 Leute schauen ihm auch zu. Krass. Digga, ich muss los. Ja, Leute, ja. Ich würde mal sagen, das war es auf jeden Fall wieder gewesen von der Train-Up-Tuber-Challenge. Digga, Herr Lama ist durchgedreht. Herr Lama? Herr Lama, bist du noch da? Herr Lama! Ah! Alter, hört ihr das? Ah! Da greift die Kamera an! Hey, wenn ihr Standard-Skill retten wollt vor Herr Lama, dann müsst ihr jetzt alle ein Like da lassen. Verbrüht den Like-Button, abonniert meinen Kanal, checkt keinen Standard-Skill aus. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Train-Up-To-Love sehen wollt, dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymax.